Abschnitt 54 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonntagsfahrt durch Nordseeland Noch sind die Seen in der Stadt gefroren. Nur am nördlichsten Teil von Sorte Damsö ist das Eis geschmolzen, weil hier die Abflusswässer der Gasanstalt münden. Tausend Möwen nehmen ein Sitzbad in diesem Wasserstreifen, von tausend Menschen ist die Straße darüber betupft. Fahrräder, Motorcycles und Kleinautos in lückenloser Kolonne. Der Strandway, der sich stundenlang fortsetzt, von Kopenhagen bis zum Kattegat, ist voll von ihnen. Der Sund verrammelt von ineinander geschobenen, übereinander geschichteten Eisblöcken. Schnee rundet die Kanten. Landungsbrücken, die sich im Sommer den Yachten und Booten entgegenstrecken, sind eingezogen, damit der Winter sie nicht sprenge. Hinter heller Rupp aber baute man heuer eine aus Stein und Stahl. Sie sollte dem Eise trotzen. Ihre imposanten Trümmer sind noch zu sehen. Der Kristall der Luft verbindet mit dem schwedischen Ufer, den Villen Malmös, den Häusern Landskronas, dem flachgeschnörkelten Rand der Lommerbucht. Eine Insel, die Ufer steil aufsteigend wie Festungsmauern, schiebt sich zwischen Schweden und die Fahrt. Das ist Wenn, das Uranienborg Thügo Braes. Allzu dicht steht das Spalier von Villen, Schlössern, Hotels, Sanatorien. An ihren Seitenwänden vorbei kann der Passant auf die Meerenge schauen oder Bäume atmen. Frappant ähnlich ist diese Landschaft des Hohen Nordens dem Bosporus, der Villenkolonie Böjök-Dere, wohin im Sommer die Gesandten aus Konstantinopel übersiedeln. Auch hier, am Öresund, sind noble Villegiaturen. Wie Döre heißt die Villa der Kaiserin Dagmar von Russland, nicht weit davon das Schloss des Grafen Bernsdorf und die Residenz des Bankiers Glückstaat. Beneidenswerte Menschen, denen das Glück treu blieb. Dagmar kann froh sein, dass es ihr nicht wie ihrem Sohn erging, dem letzten Zaren. Bernsdorf konnte froh sein, dass er nicht wie sein Beschützer, der Kanzler Struhensee, geköpft wurde. Und Glückstaat konnte froh sein, dass er starb, bevor das Falissement der Landmannsbank vor dem Strafgericht verhandelt wurde. Zahllosen Königsschlössern begegnet man Charlottenlund, Skosborg, Eremitage, Sorgenfrie, Frederiksborg, Fredenborg, Kronborg, Borg auf Borg. In den Fischerdörfern bessern Männer und Frauen Netze aus. Die sehr schadhaft sein müssen, wenn man noch während des Winters den Sonntag verwendet, sie zurechtzuknüpfen. Hinter und neben den kleinen Häuschen von Tabeck und Lüngbi hängen endlose Flächen gekreuzter Stricke zum Trocknen. Die Villen sind noch versperrt. Erst in drei, vier Monaten werden sie ganz Kopenhagen aufnehmen, das dann hier wohnt und morgens aus dem Bett in den Öresund steigt. 18 Züge schickt die Küstenbahn im Sommer täglich her. Die Landstraßen sind makadamisiert oder kilometerweit gepflastert. Kein Staub. Die Markierung verschwenderisch. Je 100 Meter werden von einem Stein gekennzeichnet, Klammer auf, anderswo würde er als Grabmal dienen, Klammer zu. Auf jedem tausendsten Meter erhebt sich, Klammer auf, sozusagen, Klammer zu, ein Monument. Nach je siebeneinhalb Kilometern ein Meilenstein, Klammer auf, der eher ein Obelisk ist oder eine Siegessäule, Klammer zu. So geht es entlang des Buchenforstes und des Meeres, vorbei an Windmühlen und Landhäusern, bis hinauf nach Helsing-Öhr. Dort ist man an der Spitze der Landzunge, neben sich Kronborg in reichem Barock und leuchtender Patina, über sich den flatternden Dänebro und den hellen Himmel, links die Unendlichkeit des Kattegat und rechts die schmalste Stelle des Sundes. In zehn Minuten wäre man mit dem Motorboot in Schweden, man kann in die Fenster von Helsingburg schauen. Passvorschriften liegen jedoch dazwischen. Gut, dass wenigstens die Kette abgeschafft ist, die nichtdänischen Schiffen die Durchfahrt verwehrte. Ozeandampfer schwimmen jetzt ungehindert in den Hafen von Helsing-Öhr und in den von Kopenhagen. Auch Hamlets Papa spukt kaum mehr auf den Mauern, obwohl ihn Engländer und Engländerinnen suchen, ebenso wie Hamlets Grab. Durch das Innere des Landes kehrt man heim. Anfangs, wenn die Straße etwas ansteigt, taucht zu linker Hand für einen Augenblick noch ein Streifen des Sundes auf oder Schiffsschlote und der Esromsee täuscht eine geraume Strecke lang das Meer vor. Aber er ist ein Binnensee, seine Ufer-Binnenlandschaft. Windmühlen tragen Zwiebelkuppeln, die Flügel, mit Segeln bespannt, ächzen in der abendlichen Brise. Rote Fassaden der Häuser, vergoldete Stierköpfe auf den Fleischerläden. Eine greise Bäuerin, Klammer auf, in Bauschrock, schwarzes dreieckiges Käppi mit Goldborte auf dem Scheitel, Gebetbuch in der Hand, Klammer zu, eilt. Aus einem See steigt ein Renaissance-Schloss empor, ein Schwelgen in Ornamenten und figuralem Frontenschmuck, bizarre Giebel und Zinnen und Türme, Fredericksburg, ein Palast auf Lagunen. Inmitten von Wäldern läuft der Weg, olivfarben die Stämme, braun-grün das Moos. Dörfer, kleine Städte. Die Schornsteine gehören den Genossenschaften, zu ihrer Molkerei oder ihrem Schlachthaus. Auf alten Bauernhäusern sind Gedenktafeln. Hier starb der Volketingsmand Christian So und Soßen, darunter ein Spruch von Grundwig. Kirchtürme haben quadratischen Grundriss und hohe Treppengiebel. Die Bauernburschen, die an Gasthausmauern Klink spielen, können schwer unterscheiden, ob sie Kopf oder Adler werfen. Kühl wird es und feucht. Skandinavischer Abend. Signale der Hupen und Radglocken häufen. Die Geschwindigkeiten verlangsamen sich. Kopenhagen fährt heim. Vom Sonntagsausflug nach Nordseeland aus der Natur. Ende von Abschnitt 54 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 55 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Raubtiere fressen Zeitlich und räumlich ist es noch weit zur Fütterung und schon hört man das Getöse der Ungeduld. Tiger und Löwen brüllen, Schakale und Wölfe heulen, Jaguare und Leoparden fauchen. Das ist die Stille des Dschungels, dessen unheimlicher Lärm erst beginnt, wenn alles schweigt. Die Gitterstäbe schwächen der Töne bedrohliche Wirkung, schrecklich aber sind die Gesten der Tiere, die wissen, dass die Stunde ihrer Sättigung naht, ihre Erwartung ist Gier. In der Mitte der Halle steht der Handkarren mit Fleisch. Sie wittern ihn. Ein Tiger, seit langen Jahren hat er eine Höhle im Armurgebiet mit dem ersten Käfig des Berliner Raubtierhauses vertauscht, drückt sich an das Gestänge, starrt hypnotisiert in die Saalmitte. Mit nassem Tuch auf einer Stange kommt der Wärter heran, von außen den Fußboden zu scheuern, denn der soll jetzt Tisch sein. Auch unter dem Tiger muss gesäubert werden. Unrat liegt dort, aber Erich lässt sich keineswegs beiseite schieben, keinen Stoß verspürt er, rührt sich nicht, ist in die Richtung gebannt, aus der ihm Nahrung kommen muss. Der Riesenlöwe Leander, Klammer auf, laut Visitenkarte an seiner Wohnung stammt er aus Rhodesian, Klammer zu, ist gerade bei der Nachbarin zu Besuch. Die schaut ihn gar nicht an, von einer Ecke des Zwingers rennt sie zur anderen, manchmal nach rechts, manchmal nach links sich wendend. Leander trottet hinter ihr, die Mähne hart an ihren Hinterteil gedrückt, und dreht sich rechts, wenn die Löwin die Drehung nach rechts macht, links, wenn die Löwin Direktion links nimmt, und wenn sie auf ihrem Rundgang innehält, um zu brüllen, dann bleibt auch er stehen, öffnet den Rachen, in dem Stalaktiten sind, und brüllt noch zehnmal lauter. Alle Tiere rennen im Kreise umher, immerfort im Kreise, immerfort im Kreise, befallen von Delirium tremens. Nur ein diskret schwarz-weiß gesprengelter Leopard kauert ruhig an der Stelle, die vom Fleisch und von den Besuchern am entferntesten ist, auf dem höchsten der künstlichen Äste, die den Käfig diagonal durchziehen, in die hintere Ecke der Zelle gelehnt. Er ist der einzige Reglose im ganzen Hause, das vom Fieber umherjagender, schreiender, hungriger Bestien erzittert. Der Wärter setzt den Speisewagen in Bewegung. Minderwertiges, aber gesundes Fleisch liegt darauf. Von Rind, Kalb und Pferd. Vom Zentralfiehhof Roh hierher geliefert. Kein Menschenfleisch, auch kein minderwertiges, nicht einmal ungesundes. Arme Tiere, wie würde es ihnen schmecken? Besser als in der Wildnis, wo sie den Menschen noch nicht kannten und nicht wussten, dass er ihresgleichen in lebenslänglichen Kerker sperrt und überdies zum Schauobjekt für Kinder und Müßiggänger macht. Blutige Klumpen von je fünf Kilo Gewicht sind auf dem Karren. Jedes der großen Raubtiere hat täglich, Klammer auf, außer Montag, der fleischlos, für Raubtiere also Fasttag ist, Klammer zu, auf zwei solcher Stücke Anspruch. Das wissen sie genau. Vom Tiger Erich an, der schon vor 30 Jahren im Zoologischen Garten seine Lebensstellung antrat, bis zum Löwen Roland, der am 9. November 1921 hier das Licht der Welt erblickte. Wenn der Wärter die erste Portion zwischen die Stäbe zwängt, schlägt der Inhaber des Käfigs Pranken und Zähne in den Bissen, zerrt ihn nach innen und lässt ihn liegen, den zweiten zu erwarten. Der rhodesische Riesenlöwe eugt lüstern nach der Rinderrippe, die sich in das Gitter schiebt, aber er nähert sich dem Happen nicht, er weiß, dass der für die Löwin bestimmt ist, deren irrem Lauf er seit Stunden gefolgt ist, den Rachen an ihren Hintern geschmiegt. Ungestört zieht die Dame, die den Herrscher der Tiere beherrscht, Klammer auf, sie heißt Schenzi und ist in Leipzig geboren, Klammer zu, das erste Stück in einen Winkel ihrer Häuslichkeit, der als Speisekammer zu dienen scheint, und holt nun die anderen zehn Pfund ein. Leander jagt nach Hause ins Nachbarzimmer und hinter ihm senkt der Wärter die Verbindungstür, indem er dem Publikum erklärt, sonst würde sie hineinkommen und ihm alles auffressen. Ach, majestätischer Leander, der Mensch muss dich schützen vor deiner Leipziger Nachbarin. Die letzten Illusionen zerstört der Bericht des Wärters, der sibirische Tiger zum Beispiel, der noch hinter den eng gekreuzten Stahlstangen eine grausame Drohung ist. Dieser Gigant, der den Eingang des Saales bewacht, ist tuberkulös, hat Darmgeschwüre und sein rechtes Auge ist erblindet. Er, den man für blutrünstig hält, hat sich nur durch strenge Diät, Milch und Hefe so weit erholt, dass man ihm Kalbfleisch verordnen konnte. Einstweilen leckte er es bloß ab. Er hat keinen Appetit und ist altersschwach. Bald wird er den Gnadenschuss bekommen und wenn er Glück hat, ausgestopft im Museum ausgesetzt sein der Neugierde, wie zu Lebzeiten. Oder aber, wenn er Pech hat, als Bettvorleger einer Nobelnutte dienen. Auch die anderen Bestien, mit Ausnahme der Hyänen, die ihre Ration rasant hinunterschlingen, beeilen sich nicht mit dem Fressen, sind sie doch jetzt des Besitzes sicher. Der Silberpuma aus Punta Arena rollt spielerisch die beiden Fleischklumpen mit Tatzen und Schnauze von einer Ecke in die andere und springt ausgelassen umher. Der junge Löwe Roland stellt Posen. Er stemmt die Pranke auf die ihm zugeteilten Fetzen eines Pferdeleibes, als ob es der Nacken eines besiegten Feindes wäre und richtet sich empor wie ein Mensch vor dem fotografischen Apparat. Klein Roland, wo hast du das her? Frau Schensi aus Leipzig hat nun die 20 Pfund Rindfleisch in ihrer Vorratskammer geschlichtet und beschnuppert sie fachmännisch. Der abessinische Leopard, jener mit dem diskret schwarz-weiß-gefleckten Fell lässt sogar seine Menage an der Stelle liegen, wohin der Wärter sie geschoben hat. Noch immer sitzt er auf dem Baumstamm in der hinteren Ecke, dem lauten, widerlichen Treiben dieser Welt abgewendet. Es dauert lange, ehe die Tiere zu fressen beginnen, dann knacken ungeheure Knochen mit adäquatem Lärm auseinander. Und der Größe der Rachen entspricht die Vernehmlichkeit des Schmatzens. Im Kotter der Dingoes, australischer Windhunde, schauen drei Weibchen, Klammer auf, eine Mutter und zwei Töchter, Klammer zu, neidisch dem Männchen zu, das fast alle vier Menüs verspeist. Manchmal nähert sich eine, um auch etwas zu schnappen, doch wenn das Dingo-Männchen drohend die Schnauze öffnet, weicht die Vorwitzige erschreckt zurück. Sie fürchten ihn, aber sie fürchten vor allem, seine Neigung zu verlieren, denn er ist mit allen Dreien verheiratet. Um vier Uhr hat die Fütterung begonnen. Erst gegen sechs sind die Fleischstücke verschwunden, die von den hungrigen Raubtierrachen und den hungrigen Raubtiermagen in einem Augenblick verschlungen werden könnten. Frisches Wasser läuft in die Trüge und die Bestien saufen, räkeln sich faul auf der Erde oder geben sich ungeniert ihren Liebesspielen hin. Der schwarz-weiß gefleckte Leopard aus Abessinien hat eine Leopardin in seinem Käfig. Sie hat bereits ihre Mahlzeit verzehrt, die des Männchens liegt noch unberührt da. Oben auf dem Baumstamm kauert er, streift das lebende Menschenfleisch und das tote Rindfleisch mit keinem Blick. Wird ihm das Weibchen sein Nachtmahl nicht wegnehmen? Warum frisst er nicht? Fragen besorgte den Wärter. Ach der, der ist erst drei Monate hier. Er hat noch nicht einmal einen Namen. Ganz scheu ist er, frisst nur bei Nacht, trinkt nur bei Nacht und liebt nur bei Nacht. Aber, fügt der Wärter zuversichtlich hinzu, er wird sich schon ändern. Dieser Leopard scheint das einzige anständige Wesen im weiten Umkreis zu sein. Inmitten einer Welt, wo Löwenpantoffelhelden und Löwinnen sächsische Hausfrauen sind, wo der Roland zum Poseur und der Dingo zum Haustyrann wird, wo der Tiger von Tuberkulose befallen wird und Milch trinkt, wo sich Raubtiere bei ihrem Fraß von Journalisten beobachten lassen müssen und bei ihrer Liebe von neugierigen Berlinerinnen. Mit welcher Verachtung der Leopard da oben sitzt. Er zeigt nicht Gier, nicht Geilheit und hat sich in Berlin noch nicht einmal einen Namen gemacht. Aber er wird, man kann der Prophezeiung glauben, sich schon ändern. Ende von Abschnitt 55 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 56 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kiesch Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Böhmisches Dorf in Berlin Die weißen Porzellanbuchstaben auf der Fensterscheibe des Gasthauses sagen Inhaber Willibald Spazier Spazier ist ein Name, der eigentümlich klingt. Selbst hier, wo auf Straßentafeln und Häuserschildern meist Namen stehen, die nichts weniger als berlinerisch klingen. Paluzek heißt der Platz am Ende der Kirchstraße, in der die Bethlehemitische Kapelle der böhmischen Brüdergemeinde steht. Durch die Jansa-Straße geht man, durch die Bartha-Straße, Liberda, Benda, Niemetz oder die Wanslik-Straße, durch den Stadtbezirk 11 Neukölln, der den Kelch im Wappen führt und dessen Ämter derzeit folgendermaßen verteilt sind. Vorsteher Rentier-Schlossarek, Schudoma-Straße 51, Schiedsmann Kaufmann Albert Marisch, Waisenrat, Landwirt Albert Mutil, Postamt Nummer 5, Ecke Johannes-Hus-Straße und Böhmische Straße. Ist das Berlin? Ungepflastert ist die Kirchstraße und führt, ein beinahe deplatziertes Idyll, zwischen Scheunen, Fronten und Gartenzäunen, hinter denen ebenerdige Dorfhäuser typisch böhmischen Charakters, Bauern sudetischer Herkunft gehören, dem Duschek und dem Christek und dem Ratnik und dem Stierschik und dem Schmarar und dem Pschigodda und dem Sponar und dem Rossum und dem Zufall. Aber aus diesem exterritorialen Landschaftsbild tretend ist man vor einem Denkmal. Breitspurig, in brauner Bronze steht Friedrich Wilhelm I., der Begründer des preußischen Militarismus auf dem Postament. Ist er hierhergestellt, den ortsansässigen Fremden eindringlich zu sagen, dass man in einer Stadt Preußens ist, trotz dieser Fata Morgana eines böhmischen Dorfes? Nein. Auf der Rückseite ist in Erzgegossen zu lesen, wer dies Monument aufgerichtet hat. Die dankbaren Nachkommen der hier aufgenommenen Böhmen. Das Seitenrelief stellt eine Gruppe aus dem Zug der Immigranten dar, die, vom unerbittlichen Habsburg verfolgt, die Heimat um des Glaubens willen verließen. Mit beladenem Karren und schwerem Ranzen schleppt sich eine Familie ihres Weges. Die Mutter, den Säugling so liebevoll, ängstlich an die Brust gelegt, wie der Greis, dem der Bildner einen Komeniusbad gegeben hat, die Kralitzer Bibel unter den Arm presst. Das tschechische Wort des Evangeliums. Die andere Seite des Denkmals zeigt im Relief einige Dächer über spärlichen Buden. Darunter die Inschrift Rixdorf 1747. Das soll besagen, ja, ihr nahmt uns auf, da wir Elend von Haus und Hof mussten, Relief 1, aber kümmerlich sah die Gegend damals aus, wo wir uns als Kolonisten niederließen, Relief 2, und blickt umher, wie der Ort heute dasteht. Neukölln, das einstige Rixdorf, ist der größte Vorort Berlins, rangiert unter den 20 volkreichsten, modernsten Großstädten Deutschlands. Ein zweites Denkmal ist da, ein ganz neues, im Garten der Brüderkirche, wo noch hussitische Chorele bei festlichem Gottesdienst erklingen. Ein Obelisk, zum Andenken an Söhne der Brüdergemeinde, die für Deutschland im Kriege gefallen sind. Paul Maresch, Walter Sponar, Gustav Maresch, Paul Wanzlik. Sie starben an der Marne, an der Somme, am Chemin de Damme, vielleicht im Kampf gegen tschechische Legionäre. Die Maresch, der Sponar, der Wenzlik. Das sind die Namen, denen man überall begegnet, zwischen alten Deutschen. Manchmal ist auf Firmenschildern dem tschechischen Familiennamen die deutsche Übersetzung beigefügt. Emanuel Lischka, genannt Fuchs, oder Johann Amos Wesseli, genannt lustig. Jener Gasthausbesitzer Willibald Spazier ist eines Auswanderers Enkel, der auf den viel weniger seltenen Namen Prochaska gehört hat. Die Feinbäckerei Friedrich Bescheiden dürfte ein weniger feiner, aber desto biederer Bäcker namens Pokorni begründet haben. Und die vielen Noaks hier schreiben sich gewiss von den alten Nowaks her. Die Rixdorfer Böhmen sprechen heute nicht mehr tschechisch, doch ist es verwunderlich, wie lange sie in dieser nivellierenden Umwelt um die Wahrung ihres Volkscharakters bemüht waren. Wenn man beim Pfarrer sitzt, in Schriften und Akten blätternd, stößt man auf Belege für dieses Bestreben. Kaum, dass die über Gerlachsdorf und Cottbus eingelangten Immigranten hier auf den Feldern der Mark Brandenburg ihr Dach über dem Kopfe hatten, waren sie schon bemüht, ihre eigene Schule zu besitzen, Schulgebäude und Lehrer. Und die Dato 9. März 1750 wird ihnen vom königlich-preußischen Departement für geistliche Affären der Schulplatz zugewiesen. Bald vorn in Rixdorf, ein Keil Landes, einem Triangel gleich, welcher rechter Hand an das freie Feld, linker Hand an den Hof des Bauern Rittmann anstoßet und 94 Strich breit und 140 Strich lang. Auch 20 Stämme Bauholz werden ihnen zum Schulbau bewilligt. Und nun beginnen nationale Schulkämpfe, die bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts dauern. Die Schulgemeinde Deutsch-Rixdorf beschwert sich nämlich mehr als einmal, dass nicht nur deutsche Eltern aus Böhmisch-Rixdorf, sondern auch deutsche Eltern aus Deutsch-Rixdorf ihre Kinder in die Böhmische Schule von Böhmisch-Rixdorf schicken und sie bittet die königliche Regierung, solchem Geneigtes einen Riegel vorschieben zu wollen. Die Regierung in Potsdam verfügt jedoch, es bleibe den Eltern der beiden Rixdörfer freigestellt, in welcher Schule der zwei Nachbargemeinden sie ihre Kinder unterrichten lassen wollen. Die Heimat fanden sie nicht wieder, aber was sie in dem Fremden, dem deutschen Lande fanden, war Freiheit ihres Glaubens und Gerechtigkeit. Wenn wir in den Akten von Landeszuweisungen in Rixdorf an böhmische Bauernsöhne lesen, die auf preußischer Seite im Siebenjährigen Kriege gestritten hatten, so können wir in ihnen freiwillige Kämpfer gegen das verhasste Habsburger Geschlecht sehen, das katholisch zu sein vorgab, indem es fromme Andersgläubige mit fanatischem Hass und beispielloser Unerbittlichkeit verfolgte und marterte. Der Bombardier Johannes Wisskutschiel, dem Friedrich II. anno 1750 50 Strich Grund und Boden in Böhmisch-Rixdorf anweist, ist nach dem Kriege, so viele gute Kameraden er im Feldzuge gefunden haben mag, von neuem ein Böhme unter seinesgleichen. Seine Kinder, seine Enkel auch. Sie werden auf dem alten Kirchhof am Kirchenplatz begraben, wo Hunderte alter tschechischer Grabsteine sind. Aber nach 1871 kommt der riesige Aufschwung Berlins. Die Baugründe in und bei Berlin steigen ums Tausendfache im Wert und was die brutalste Persekution in der Heimat nicht vermocht hatte und was die innigste Nachbarschaft in der Fremde nicht vermocht hatte und was die Kriegskameradschaft und die Liebe und die Jahrhunderte nicht vermocht hatten, vollbringt bei vielen die Lockung des Geldes. Mancher Immigrantenspross verkauft sein Haus, mancher stellt die Übersetzung seines Namens zuerst neben diesen, lässt dann den ursprünglichen weg. Einige übersiedeln ins elegantere Berlin, ins Tiergartenviertel oder auf den Kurfürsten Damm oder werden zu bayerischen Viertelkavalieren und mancher geht dort als feiner Herr Spazier spazieren, der einst ein schlichter Prochaska war. Und wenn in einer Sektdiele oder einer Nobelbar oder einer Likörstube irgendein Chauvinist um die Morgenstunde bei der Musikkapelle das Heil dir im Siegerkranz bestellt und von Revanche, Krieg und Vorherrschaft seiner Edelrasse faselt, so muss man diesen Herrn unbescheiden gut darauf ansehen, ob sich nicht vielleicht noch sein Vater Herr Bescheiden nannte und sein Ahne vor Gott und Menschen Pukorni gewesen ist. Ende von Abschnitt 56 gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 57 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Lenins möbliertes Zimmer Die Spiegelgasse buckelt sich aufwärts und seitwärts. Sie ist eng, dass selbst ein Handkarren nicht durchfahren könnte und wenn sie auch anfangs Miene macht, den Züricher Berg zu erklimmen, so muss sie doch dieses Beginnen auf halben Wege aufgeben und sich wieder senken. Ohne den Fenstern ihrer Häuschen eine Aussicht auf die Wellen des Limmat, auf die kristallene Unendlichkeit des Sees und die blaugrünen Bergwälder zu gewähren. Hier wohnen keine Touristen, keine Vergnügungsreisenden, hier sind kleine Handwerker und Arbeiter ansässig, hier hat Wladimir Ilyich Ulyanov gelebt, in Sozialistenkreisen unter dem Namen Lenin bekannt, von den Fraktionsgenossen verehrt, von den anderen wegen seiner Konsequenz und Konzessionslosigkeit belächelt. Ein Mathematiker der Utopie, ein Narr, der Details für eine Diktatur des Proletariats ausrechnete, als ob die Romanovs gewillt seien, sich ihres seit Jahrhunderten ererbten Thrones wegen dieser Berechnungen eines Exilierten zu entäußern und den Kreml zu verlassen, damit dort der Untermieter eines Züricher Flickschusters einziehen könne. Ja, ht.kamera ist ein Flickschuster. Ich habe seine Bekanntschaft gemacht, indem ich seinen Laden in der Spiegelgasse aufsuchte, um meine Stiefel ausbessern zu lassen. Nachdem er die Arbeit mit 80 Rappen bewertet hatte, zog ich die Schuhe aus, er stülpte sie über den Leisten und das Gespräch konnte nun leicht auf den Mieter gelenkt werden, der anderthalb Jahre von Anfang 1916 bis zum April 1917 bei ihm logiert hat. Im Hause neben der Schuster Werkstätte, Spiegelgasse 14, oben im zweiten Stock. Meisterkamera hat die Wohnung zum Mai-Termin 1917 gekündigt und ist in die Kuhlmannstraße übergesiedelt, wo er für Herrn und Frau Ulyanov gleichfalls ein Zimmerchen reservierte. Es ist leider nicht dazu gekommen, erklärt der Schuhmacher. Am 8. April 1917 hat mir Herr Ulyanov mitgeteilt, dass er gleich abreisen muss. Ich habe ihm geantwortet, das Zimmer ist doch bis zum 1. Mai bezahlt. Warum wollen Sie jetzt schon weg? Er hat dringend in Russland zu tun, sagte er mir darauf. Na, ich habe den Kopf geschüttelt, denn dass jemand die Miete für einen halben Monat verfallen lässt, noch dazu, wenn man kein überflüssiges Geld hat wie Herr Ulyanov, ist sehr komisch. Das müssen Sie doch selbst zugeben. Was er für ein Mieter war, der Herr Ulyanov, mein Gott, ich war zufrieden mit ihm. 28 Franken hat er monatlich für das Zimmer bezahlt. Das war genug im Krieg. Heute würde es mehr kosten, 35 bis 40 Franken mindestens. Und er hat uns nicht viel zu schaffen gegeben. Küchenbenutzung war ausgemacht. Frau Ulyanov hat gekocht, meistens Eier, so viel Pfeffer hat sie darauf gestreut. Und Tee haben sie immer getrunken. Herr Ulyanov hat den ganzen lieben Tag am Tisch gesessen, Bücher gelesen und Zeitungen und bis spät in die Nacht hinein geschrieben. Jesus hat der Briefe und Zeitungen bekommen. Sehen Sie, dieser Winkel war täglich voll. Und Herr Ulyanov hat sie geholt, damit der Postbote nicht so oft die Treppen steigen muss. Der Winkel ist die Ecke eines Regals, gleich neben der Tür. Eine Reihe alter Pappkartons mit der Aufschrift Bottin liegt unten und darüber ist Raum genug, Briefe und Berichte von Gorki, von Bukharin, von Sinofjev, von Rosa Luxemburg, von Tschitscherin und Radek aufzunehmen. Manche Briefe waren an Lenin adressiert und ich habe die Frau Ulyanov gefragt, wieso das kommt. Da hat sie mir erklärt, wir sind russische Flüchtlinge und das ist ein angenommener Namen. Gut, habe ich gesagt, das geht mich nichts an. Sie sind beim Meldeamt eingetragen, alles andere kümmert mich nicht. Herr Kammerer sitzt auf dem Schemel und hämmert auf den Absatz meines Stiefels. Sein jüngster Sohn hockt mit der Aale hantierend neben ihm. Wie sie weggezogen sind, Herr Ulyanov und seine Frau, habe ich eine Unmenge von Schriften und Zeitungen verbrannt, einen ganzen Berg. Ich konnte es ja nicht in die neue Wohnung mitnehmen und dass er ein so großes Tier in Russland wird, hätte ich nie gedacht, das schwöre ich ihnen. Zum Abschied habe ich ihm Glück gewünscht und ihm gesagt, hoffentlich werden sie in Russland nicht so viel arbeiten müssen wie hier, Herr Ulyanov. Da hat er nachdenklich geantwortet, ich glaube, Herr Kammerer, ich werde in Petersburg noch mehr Arbeit haben. Na, habe ich darauf gemeint, mehr schreiben als hier können sie ja gar nicht. Werden sie denn gleich ein Zimmer finden in Russland, dort soll doch große Wohnungsnot sein? Ein Zimmer kriege ich jedenfalls, hat der Herr Ulyanov zu mir gesprochen, aber ob es so still sein wird wie bei Ihnen, Herr Kammerer, das weiß ich noch nicht. Dann ist er halt weggefahren. Herr Kammerer klopft, zur Bekräftigung dieses von seinem Mieter erhaltenen Lobes, mit dem Hammer auf den Flicken, der meinen Stiefel zieren wird, nimmt das Geld entgegen und während ich die Schuhe anziehe, Oberhaus. Da oben das Fenster, dort hat Herr Ulyanov sein Zimmer gehabt, der Tapezierer Stocker wohnt jetzt drinnen. Abgebröckelter Mörtel kennzeichnet die Fassade, ebenerdig ist eine Gastwirtschaft, zum Jakobsbrunnen, die Holztreppe steil, schon mehr Leiter als Stiege. Frau Stocker führt mich in die Kammer, die Herr Kammerer an Lenin vermietet hatte. Ganz niedrig ist das Zimmerchen, man kann den Arm nicht hochstrecken, ohne die flache Decke zu berühren. Drei Meter breit, kaum vier, fünf Meter lang. Rechts an der Tür ein eiserner Ofen, dessen Rohr durch das ganze Zimmer geht, in der Holzverkleidung der Mauer, neben dem Fenster eine eingelassene Kommode. Das Doppelbett und die vielen heiligen Bilder an den Wänden sind Eigentum der neuen Mieter. Doch die Anordnung der Möbel dürfte auch früher nicht wesentlich anders gewesen sein. Dort, wo jetzt der Tisch ist, muss, denn sonst ist kein Platz da, immer ein Tisch gestanden haben, in dieser dumpfigen arme Leutestube für 28 Franken Monatsmiete. Der Tisch, an dem ein Flüchtling im trüben Licht der engen Gasse saß. Ende von Abschnitt 57 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 58 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch Diese LibriVox Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Geheimnisse des Salons Goldschmied Teil 1 Soweit die Akten reichen, beschäftigen sie sich mit der unerlaubten Liebe. Seit eh und je wollte die hohe Obrigkeit strenger sein als Gott, der Adam und Eva ohne priesterlichen Segen und ohne Standesamt zusammenleben ließ, immer war ein hochwohlweiser Magistrat bemüht, die Erbsünde aus der Welt zu schaffen, die Gott geschickt hat. Hunderte der vergilbten Pergamente im Prager Stadtarchiv erzählen vom Kampf gegen die Prostitution, Bewilligungen und Verbote wechseln, Schließung und Öffnung von Freudenhäusern, Bestrafungen und Verwarnungen. Militius von Kremsier, ein Vorläufer des Johannes Hus und der Heilsarmee, konzentrierte die Prager Dirnen in einem Heim Jerusalem auf der Altstadt, sie zu bekehren. 1483, im Stiftungsdokument des Reitschek'schen Studentenkonvicts, wird den Kollegiaten mit der Relegation gedroht, wenn sie für dahin Amasirum Velmiretricum besuchen sollten. Die öffentlichen Häuser trugen einen Hahn als Wappen und Hahnpass, Hahnbeiß oder tschechisch Hampace nannte man sie. Anfangs des 16. Jahrhunderts wird die Sperrung verfügt. In der Polizeiordnung des Jahres 1527 weist man den Zehendmeister an, darauf zu achten, dass kein Gastwirt leichtfertigen Frauens Personen Unterkunft gebe. Die Prostitution geht auf die Straße und Historiograf Lomnicki beklagt sich, man könne in Prag die Dirnen von anständigen Frauen nicht unterscheiden, während zum Beispiel in den Pfälzischen und Schweizerischen Städten Huren, Juden und Henker durch einen gelben Fleck an den Kleidern kenntlich seien. Überdies gibt es dem Verbot zum Trotz ganze Ansiedlungen von Huldinnen vorerst außerhalb der Stadt, hinter dem Baumgarten, hinter den Koschirer Weinbergen und ins Micho. Oft werden die Mädchen vom Stadtrichter ausgehoben und am Strick nach Prag geführt. Die Bürgerfrauen, die zufällig vorübergehen, mustern neugierig, die würdigen Ehemänner mit versteckten lüsternem und ostentativ verächtlichen Blick die angebundenen Arrestantinnen. Der Koschirer Gemeindeangehörige Johann Pulpit, gegen den die Anzeige vorliegt, Klammer auf Prager Stadtarchiv Folio 122, Klammer zu, dass er 1581 dem Stadtrichter mit dem Schwerte nacheilte, ihm die am Halfter geführte Buhlerin zu entreißen, selbiger Johann Pulpit aus Koschir ist ein romantischer Held, wenn nicht gar ein Revolutionär. Sympathischer ist er jedenfalls als die masseuse Susanna des Altstädter Königsbads, die Wenzels des Vierten Majestät in einem Kahn vor den Aufrührern rettete, wofür die Zunft der Badehuren als ehrlich erklärt ward und einen Eisvogel als Wappen erhielt. Seit langem waren im Weichbilde Prags gleichfalls verrufene Häuser entstanden. Ein Akt des Landtagsarchivs vom Jahre 1518 befasst sich mit dem unsittlichen Gewinn, um dessen Willen es so weit gekommen sei, dass es in Prag kaum ein Haus gibt, in dem nicht solche verdächtige Frauens Personen zu finden seien. Trotzdem haben die Inwohnerinnen eine öffentliche Mission Vollstreckerinnen der bürgerlichen Moral zu sein. Sie holen gefallene Mädchen und sündige Wittfrauen aus als selbige an ihrer Familie keinen Schutz finden aus deren Heim ab, stecken ihnen einen Strohzopf an und führen sie in das Frauenhaus als neue Kollegen ein. Manchmal setzen sich die derart Eskortierten mit Messern zur Wehr und entweichen. Gegen zwei Juden wird 1547 Klage erhoben. Die standen vor dem Dobrichowskischen Hause und lockten Männer zu einem Mädchen namens Anitschka, das sie durch Wegnahme der Kleider an der Flucht gehindert hatten. Als schlimmste Kupplerin von Prag wird Anu 1587 eine gewisse Knobloschek genannt. Sie prügelt ihre Dirnen, nimmt ihnen alle Einnahmen weg, lässt ihnen nicht einmal das übliche Viertel des Liebeslohnes und hält sie, indem sie ihnen die Gewänder verschließt bei sich fest. Halbnackt stürzen die Ärmsten einmal auf die Straße und wehklagen, dass es in diesem Hause Ärger ist als im höllischen Feuer. Zur Strafe für solche Untaten wird die Hurenmutter Johannes Huse bezeichnet in seiner Postille die Inhaberin dieses Amtes mit dem deutschen Wort Hoffahrt das Volk nannte sie Harapanice im erwähnten Jahr ertränkt. Rudolfs des zweiten Prager Hof Haltung und die vielen Fremden bringen die Prostitution zur Blüte. Die Buldirnen werden jetzt auch in den Akten Damen genannt und ein Kaufvertrag ist uns erhalten, laut dem das hochgeborene Fräulein Magdalena Minkwitzow von Minkwitz um vier Dukaten von einer Kupplerin an die andere als Dame veräußert wird. Vom Mäuseloch auf dem Frantischeck der Kupplerin Alena gehörig, vom Teppich, vom Königshof bei der Zeltenergasse und von mehreren Häusern an den Stadtmauern und Stadttoren ist Ende des 16. Jahrhunderts in Kriminalprotokollen die Rede. An der Stelle, wo heute die Nikolander Realschule steht, war das Haus des Tobias Nejetli, von dem ein Gerichtszeuge aussagt, dass es in ganz Prag kein Haus gibt, wohin die Gäste wegen solcher Ungebühr kommen, als wie sie hier beim Nejetli herrscht. Aber nicht deshalb kam Tobias Nejetli vor Gericht, sondern weil er eines Abends den Herren von Wartenberg und Ritter Vinzenz Champach das Tor nicht öffnen wollte und sie beschimpfte, als sie es mit einem Balken aufzusprengen versuchten. Der Adel war von Alters her eine gute Kundschaft der Bäder und Kuppeleihäuser, besonders des Nachtlokals zur Kanzlei in der Gasse Nahes Lovanech, wohin wohlriechende Mädchen in sauberen Mänteln kamen und die weltschen Höfling Rudolfi Sekundi ja sogar ein bayerischer Herzog Kanzlei Besuche machten. Einige Aristokraten hielten Selbstbordelle. Das schöne Laubenhaus, das der Teinkirche auf dem Ring vorgebaut ist, gehörte dem Herrn von Slavata, der es von einer berüchtigten Kupplerin namens Rachacek verwalten ließ. Die Terzkys erbten dieses Frauenhaus an der Kirche und lösten es auf. Als der Stadtrichter Tischler Matthias die Dirne Polyxena von hier weg führte, rief sie von der Straße ihrer Hauswirtin zu, Elende, du hast so viel Geld für mich eingeheimst, gib mir wenigstens meine Hemden heraus. Ganz öffentlich vollzog sich der Besuch der Lokale. Leute Leute kehrten Leute kehrten bei hellem, lichtem Tage ein, vornehme Herren mit goldenen Ketten, Herrschaften, Beamte, Offiziere. Die Adeligen ließen ihre Pferde vor dem Tore stehen, Knechte hielten diese und die Nachbarn beobachteten aus den Fenstern den Betrieb. Als aus dem Ghetto hinaus durfte, wer mochte und das Verbleiben beinahe ein Zeichen von Armut war, zogen die Freudenhäuser in den dunkelsten Stadtteil, in das fünfte Viertel Prags und mehrten sich. Über den schmalen Eingängen baumelte eine Laterne mit bunten Scheiben. Salon Nummer Punkt 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 stand darauf, vor den mit schmutzigen Vorhängen bedeckten Fenstern des Erdgeschosses war eine Blechtafel mit der verlockenden Aufschrift Sodowa Vodadrasadki. Hinter den Stores lugten geschminkte Frauen im Nachtgewand hervor, lockten durch Klopfen und Winken die männlichen Passanten oder steckten die Zunge heraus, wenn Frauen oder Schulknaben neugierig guckten. Es war eines der seltsamsten Mysterien des an Mysterien wahrlich überreichen Prager Ghettos, dass in den Häusern, in denen die Prostitution so aufdringlich betrieben wurde, Judenfamilien in fanatischer Frömmigkeit und intensivster Zusammengehörigkeit lebten. Die dünnen Wände trennten Welten und Weltanschauungen voneinander. Sogar an Synagogen schmiegten sich Kaschemen, wie zum Beispiel der Salon Dwarak in der Pinkas Gasse. In den Jahren 1900 bis 1905, als Beil und Spitzhacke der alten Judenstadt ein Ende machten, mussten 62 Salons hier ihre bunten Glastüren schließen, um sie in anderen Gegenden Prags wieder zu öffnen. Im Seminargässchen, das längst des Clementinums von der Karlsgasse zum Marienplatz führt, im Bretislavgässchen, oberhalb der Weltschengasse auf der Kleinseite, war fast jedes Haus ein öffentliches. Auch der bekannte Kunstsammler und Dreschflegel Aktionär Neumann hatte hier das Parterrelokal seines Hauses einem Bordell eingeräumt, nur um seine Verwandten zu ärgern und von einem Besuch bei ihm abzuhalten. Das gefürchtete Soldatenbeisel zur Blauen Nudel auf dem Kleinseitener Klarplatz wurde in zahllosen Marschliedern der 28er besungen. Die Besitzerin des Salons Quiche, Ziegengasse Konz Nummer 826 Klammer auf später Amsteras Klammer zu hielt auf Ehre und Reputation und veröffentlichte bei passendem Anlass in den Zeitungen, sie sei mit dem Schriftsteller e.e.k. weder verwandt noch verschwägert. Im niedrigsten Bordell Prags Klammer auf seine Zimmer waren nur anderthalb Meter hoch Klammer zu im Borschhof Gässchen wurde am 19. Januar 1918 ein Raubmord verübt. Das im zweiten Stock von Nummer 965 des kurzen Gässchens gelegene Hamet Klammer auf vormals Brückner und Flaschner Klammer zu ward durch den Tod eines hohen Beamten berühmt. Nur durch einen labyrinthartigen Gang war Belgien zu erreichen. Smichoer Burschen verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie Neulingen den Weg wiesen. Leonhadi Platz Nummer 109 im Barock Gebäude zum Blauen Löwen lebte der Salon des Sord, wohin Detlef von Lilienkron mit Oskar Wiener kam und und wo er für seinen Pock Fred den Vers verfasste auch saß ich sehr vergnügt im Blauen Löwen die Wolken flitzten drüber hin wie Möwen. Der Salon des Sord vegetierte später in der Fischmarkt Gasse. Als die Räume solideren Zwecken dienstbar gemacht werden sollten stürzte das Gemäuer ein. In dem beängstigend schmalen Gässchen Uvo Kenietze beim Königshof war das Lokal des Herrn Sekatsch der eine seltsame Vorliebe für Napoleon Bonaparte hatte und alle Wände mit dessen Bildern schmückte sodass seine Wirtschaft unter dem Namen Napoleon populär wurde. In der Benedikt Gasse hielt sich der Salon Schuh H auch noch nach dem Tode seines Gründers. Herr Kutzki Klammer auf Außer dienstlich schrieb er sich Kauki und war nicht mit sich identisch Klammer zu hingegen überlebte die Demolierung seiner beiden Häuser im Saarzergässchen und in der Plattnergasse noch lange und als er starb gaben ihm die Geistlichkeit Vereine in Korporé und das Schützenchor von der Weinberger Kirche aus ein pompöses letztes Geleit. Das berühmteste oder wenn man will berüchtigste Etablissement hat den Umsturz nicht lange überdauert der Salon Goldschmied in der Gämsengasse international unter dem Kosenamen Gogo bekannt Das bürgerliche Haus zum roten Pfau im Gämsengässchen neue Nummer 243 das laut Eintragung in den zweiten Band der Prager Stadtbücher vom Altstädter Hauptviertel von seinem Erbauer anno 1804 um 4000 Gulden an Andreas Trägner verkauft worden war erstand im Kriegsjahre 1866 Herr Emanuel Goldschmied Er begann da selbst ohne bei den Behörden um die Befugnis eingekommen zu sein ein offenes Haus zu führen Die Ämter durch Kriegsgefahr und Truppenzusammenziehungen in Anspruch genommen legten dem feuchtfröhlichen Unternehmen unter anderem wurde dort Wein und Kaffee ausgeschenkt keine aktenmäßig nachweisbaren Hindernisse in den Weg Herr Emanuel Goldschmied früher Trödler fuhr nun im Zweispänner Brillantringe bedeckten seine Finger er erschien in einem Bankgeschäft um 100 Pfundnoten zu wechseln und die Prager Bürger munkelten im Keller des Goldschmiedschen Hauses sei ein reicher Lord erschlagen und beraubt worden Man hatte nämlich einige Wochen hindurch in der Mittagsstunde einen Engländer mit grauen Zylinder und Backenbart täglich vor dem Goldschmiedschen Haus in einen Fiaker steigen und bin in einer Stunde wahrscheinlich nach eingenommener Mahlzeit zurückkehren gesehen Plötzlich aber war er verschwunden ohne dass die lebhaft interessierte Nachbarschaft von einer Abreise des Fremden etwas bemerkt hatte Auf Aufgrund der Gerüchte erschien am 7. Juli 1866 eine Polizeikommission um der Sache nachzugehen Man untersuchte vom Dachboden bis zum Keller alle Räume und verhörte Besitzer und Personal auf das Eingehendste fand jedoch keine Spur eines verübten Mordes Der Engländer hatte tatsächlich dort gewohnt und war nachdem er seine Zeche von 1100 Gulden österreichischer Währung anstandslos beglichen nach Monatsfrist abgereist Zweifel der Behörden mussten verstummen als Preziosa reckte Anna Kulhankova die Favoritin des Fremden während seines Prager Sejour einen liebesglühenden Dankbrief vorwies den er ihr erinnerungsschwelgend aus Dresden gesandt hatte und in dem er baldige Rückkehr versprach Die Polizeiorgane mögen sich bei diesem Besuch wohl überzeugt haben dass der Betrieb den langwierigen und kostspieligen Aufenthalt eines Engländers und das Versprechen seiner Wiederkehr rechtfertigte und Herr Goldschmied erhielt zwar wegen unbefugten Verschleißes von Waren und ausschangsgeistiger Getränke eine Geldstrafe von 400 Gulden aber das nicht in feindseliger Absicht denn bereits am 1. September 1866 wird ihm das Recht zur Ausübung eines freien Handels nach Paragraf 38 der Gewerbeordnung verliehen Ende von Abschnitt 58 Gelesen von Klaus Missfeld Abschnitt 59 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch Die LibriVox Die Geheimnisse des Salons Goldschmied Teil 2 Das Das größte Das größte brachte dem jungen Unternehmen der Aufmarsch der Truppen zum Kriege Dann aber ihr Zurückfluten und die Besetzung Prags durch die Preußen Wie früher die sächsischen und österreichischen Offiziere Stammgäste des Nachtlokals im Gämsengässchen gewesen waren wurden es nun die preußischen Und es ist interessant zu erfahren welch organisatorischen Einfluss die Preußen auf das keimende Leben dieses Hauses genommen haben Während bisher die Annahme einer Einladung zum TTT von dem Geldbetrag abhängig gemacht war den der Gast dem Mädchen oder dem Inhaber gesprächsweise zugesagt hatte verlangten die Preußen nunmehr dass diese echt österreichische Schlamperei abgeschafft und eine Einheitstaxe eingeführt werde Zunächst wurde ein Betrag von drei Gulden beziehungsweise ein Taler festgesetzt Es war natürlich dem Ermessen des Gastes anheim gestellt der Dame außerdem ein Geschenk zuzustecken Klammer auf am Wiener Kaiserhof wurde dies Strumpfgeld genannt Klammer zu Jedoch sollen die Preußen von diesem Rechte fast niemals Gebrauch gemacht haben wenn man der alten Blasenat glauben darf die vom ersten bis zum letzten Tag bei Gogo Köchin gewesen ist in diesen 53 Jahren viel geschaut und viel erlebt und viel Versuchungen an sich herankommen gesehen hat denen zum Trotz ist sie auch als Virgo Immatriculata eine Virgo Immaculata geblieben und bei ihren ehernen Prinzipien steht zu erwarten dass sie ihre volle Unschuld draußen bewahrt hat als sich der 70-Jährigen die Pforten endlich öffneten um sich den anderen zu verschließen den Erinnerungen der alten Blasena wahrerin der Gogo Tradition ist es zu danken dass der Besuch eines hohen Offiziers im Frauenhaus beim Karolinum nicht in Vergessenheit geriet so schildert Blasena seinen Eintritt in das Freudenhaus jo Panetschku er war in Zivil aber alle haben ihn gleich erkannt no jo so ein Kerl er war so groß wie ein Kandelabel wissen sie die preußischen Offiziere sind aufgesprungen wie wenn man ihnen die Rockschöße angezündet hätte da hat er zu ihnen gesagt seine Worte habe ich mir gemerkt jedes Wort und genau den Ton setzen es ihnen nur wieder meine Herren das hat er genauso gesagt ich erinnere mich sehr gut aber die Herren sind alle stehen geblieben wie Klammer auf hier gebrauchte Jungfer Blasena einen Vergleich der nicht wieder zu geben ist Klammer zu und dann hat der General gesagt ich bin ja auch nicht von Holz und nach einer Weile ist er aufs Zimmer gegangen mit der Luise zuerst und und dann ist er wieder herunter gekommen und hat mit der Pepscha gesprochen die war ganz außer sich vor Respekt und hat ihm immerfort Herr Oberkommissär gesagt und dann ist er mit der Pepscha hinauf gegangen und dann mit der Ophelia sechs mal war er auf dem Zimmer und die Offiziere haben die Augen aufgerissen wie er immer wieder hinauf gegangen ist und herunter gekommen schon vom Treppensteigen hätten einem anderen die Beine wehtun müssen wir haben ja so hohe Stufen aber er ist gestiegen wie wenn er 20 Jahre alt wäre und die Offiziere haben gesagt der ist wirklich nicht von Holz der ist ja von Eisen und alle haben gelacht am nächsten Tag waren sie wieder bei uns und haben nur vom Eisernen gesprochen und der Name ist ihm geblieben aber er ist nicht wiedergekommen schade ein so feiner Gast sechsmal war er auf dem Zimmer ein als noch ehrenvoller empfundener Besuch war ein Menschenalter später der eines Erzherzogs der als Oberleutnant bei den Lothringer Dragonern in Brandeis an der Elbe stand und oft nach Prag fuhr im Kreise seiner Kameraden im Hotel de Sachs kam er eines Abends um 11 Uhr ganz unvermittelt auf die Idee sich das berühmte Nobelbordell anzusehen alle beglückwünschten ihn zu diesem Einfall und man brach auf merkwürdigerweise hatte die Polizei jedoch schon um neun Uhr früh davon gewusst dass um 11 Uhr nachts seine kaiserliche Hoheit den ausgefallenen Vorschlag machen werde und außer der ärztlichen Untersuchung die Chefarzt Professor Petschierka im Doktorzimmer bei Gogo an diesem Tage mit unendlicher Genauigkeit vornahm wurde noch eine besonders hygienische Reinigung aller Lokalitäten durchgeführt zwei Detektive musterten jeden Eintretenden mit Inquisitor Blicken darauf hin ob er wirklich nur ein Bordell Gast und nicht etwa ein politisch unzufriedener sei um 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 11 Uhr schloss man die Tür des großen Salons über die Treppe kam eine Gesellschaft von Kavallerie Offizieren mit aufgeschlagenem Mantelkragen von da ab wurde die Hansi von den Stammgästen gefrotzelt sie könne um den Titel einer Kammerlieferantin ansuchen Herr Klein aber im Tanzmeisterschritt den Saal inspizierend bemerkte der Titelgebühre ihm denn er habe ja für den hohen Gast die Kammer beigestellt den mit blauer Seide ausstaffierten Salon im zweiten Stock der seither das Prinzenzimmer hieß die Zahl der hochgestellten Persönlichkeiten Mitglieder von Regentenhäusern und von Regierungen der Heerführer die inkognito hier auf die Gämsenjagd kamen ist Legion Während des Weltkrieges im Jahre 1917 wurden Journalisten der neutralen Staaten die von einem vom KUK Kriegspressequartier veranstalteten Besuche in den Skoda-Werken über Prag zurückkehrten nach einem Souper im Hotel Blauer Stern zu Gogo geleitet wo für diese Nacht die strenge Sperrstunde aufgehoben worden war und man führte ihnen um ihre Sympathien für die österreichisch-ungarische Monarchie zu wecken im türkischen Zimmer erster Stock links lebende Bilder vor Die Boheme versammelte sich allnächtlich nach Kaffee Hausschluss hier Nicht jeder aber besaß den Betrag der für die Zeche erforderlich war Eine Tasse Kaffee wurde nicht serviert sondern nur eine Portion Ein Tablett worauf die elegante Silberkanne und fünf Porzellantassen standen Ob nun eine Gesellschaft von fünf Personen oder ein Einzelner kam war gleichgültig Man musste eine Portion Kaffee bestellen die vier Kronen kostete Deshalb versuchte man immer vier Partner zu gewinnen und wartete an der Ecke der Eisengasse und des Gämsengässchens auf bekannte oder fremde Pilger mit denen man eine freie Interessengemeinschaft schließen konnte Die Prager Literaten waren mit den Damen des Hauses sehr befreundet Da diese die Damen nämlich viel Geld und Zeit hatten so ließen sie sich Bücher empfehlen und erlangten bald eine größere Bildung als ihre Lehrer die ja doch zumeist nur Buchtitel Autor und Verleger kannten Angela war Direkt Literatur wütig und jeder Schriftsteller der ins Haus kam musste in ihrem Stammbuch verewigt sein unter anderem fand sich darin die Unterschrift Christian Morgenstern unterhalb eines echt morgensternischen Gedichtes Palmström bei Gogo Palmström sucht gleich anderen vielen wie man ohne zu verspielen mittels Formel finden könnte wie viel jeder wenn er wollte angenommen dass er könnte wie viel jeder zahlen sollte wie viel jeder wenn er könnte angenommen dass er wollte wie wenn sollte wollte könnte der Kaffee zu zahlen wäre pro Person nach Recht und Ehre wenn der der aufs Zimmer rennte und sich von den anderen trennte der nun auszulassen wäre Palmström beginnt zu dividieren er versinkt in den Papieren er versinkt in dem Probleme wie viel wohl auf jeden käme wenn wie oben es notiert während er noch dividiert hat wohl nur damit er prahlt hat ein anderer bezahlt Palmström denkt es ist genug nimmt sich Hut und Stock und Rock denn nicht an mehr meint er käme es auf die Lösung des Problemes eine Spezialität des Lupanas in der Gämsengasse war die ausgezeichnete Musik viele Jahre lang spielte Weismann dort Klavier der Komponist des populären Walzers goldene Jugend und nachmaliger Freund des Königs von Rumänien nach ihm kam Golschewski der tagsüber in Privathäusern zümperlichen Bürgermädchen Klavierstunden gab ohne dass der Bruder oder der Vater einer seiner Schülerinnen ihn jemals verraten hätte sein Nachfolger war Madl ein Virtuose der seltsamste aller berühmten Gäste der Maison Goldschmied war entschieden Gustav Mahler oft stürmte er um vier Uhr nachts in derangiertem Anzug herein setzte sich im japanischen Zimmer an das Klavier und begann da selbst niemals den Eintritt eines Mädchens duldend bis zum späten Morgen zu fantasieren und zu notieren Es Es ist anzunehmen dass er das Lokal aufsuchte um daheim durch Spiel und Komposition Familie und Nachbarschaft nicht zu stören hier ja hier bei Gogo im Leben des jungen Bierbrauer Sohnes Alfred Picaver aus Albany Staat New York vollzog Mr. Picaver hatte 1907 eine Europareise unternommen und kam auf der Fahrt zu Frau Jäger Wilczek in Hallstatt die während des Engagements ihres Gatten des Tenors Jäger an der Metropolitan Oper die Gesangslehrerin Picavers gewesen war nach Prag Sein einziger Prager Bekannter der Hopfenlieferant von Picavers Vater machte ihn mit einem anderen Bierbrauer Sohn bekannt und die Free Man on the Bummel gerieten auch in die Gold Schmiede Werkstätte der Prager Altstadt Dem Amerikaner gefiel besonders die Mitzi und vielleicht um ihr Herz zu erobern sang er zur Begleitung des Herrn Magel die Martinata von Leon Cavallo Fraglich ist ob Mitzi ebenso hingerissen war wie ein Gast der auf den breitschultrigen American zutrat sich als Opernregisseur Trummer vom Prager Deutschen Landestheater vorstellte und sehr enttäuscht war zu erfahren dass der begabte Sänger ein industriellen Sohn sei den die berüchtigten gagen angelo neumanns schwerlich zur änderung seines berufes bewegen würden regisseur trummer lud ihn ein ihn am nächsten vormittag im theater zu besuchen und mr pecaver versprach bestimmt zu kommen kam aber nicht dafür war er abends wieder bei gogo anscheinend hatte die martinata gestern doch größeren eindruck auf die mit sie gemacht denn als ihr sänger eintrat stürzte sie auf ihn zu und blieb die ganze nacht an seiner seite wie sehr auch andere freunde sie herbeizulocken versuchten sie schmiegte sich an ihn schwur ihm liebe bat ihn sie nicht zu verlassen nicht fortzufahren pecaver begann wieder zu singen im selben augenblick tauchten im türrahmen zwei Männer auf die bisher im kleinen separe klammer auf dem getäfelten an den salon angrenzenden zimmerchen dem frisierzimmer gegenüber klammer zu gesessen hatten der eine war opernregisseur trummer der andere ein herr in pelz und hut das taschentuch vors gesicht gepresst das lied war kaum zu ende als regisseur trummer den sänger ins separe bat dort wurde pecaver dem großen angelo neumann vorgestellt angelo neumann der sonst nicht einmal in einem kaffeehaus erschien weil er dies unter seiner würde fand angelo neumann war hierher in ein bordell gekommen denn es handelte sich um seine passion die entdeckung von talenten er bot er bot verdutzten sänger 400 kronen monats gage selbstverständlich bloß für den anfang es wird bald mehr sein und garantierte ihm eine glanzvolle zukunft junger man ich habe auch richard wagner eine glanzvolle zukunft garantiert und habe mein wort gehalten unterzeichnen sie diesen kontrakt auf ein jahr pikaver unterschrieb hier bei gogo blieb in prag blieb bei der mizi die ihn doch gebeten hatte nicht wegzufahren und dadurch beigetragen dass er sich so schnell zum bleiben verpflichtete aber die mizi war ein paar wochen später erzählte es trummer in gegenwart pikavers lachend und belacht bei gogo bestochen gewesen bestochen vom regisseur im strikten auftrage angelo neumanns des genialen managers der deutschen bühne ende von abschnitt 59 gelesen von klaus missfeld abschnitt 60 aus hetzjagd durch die zeit von egon erwin kisch die silibri vox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem besitz die geheimnisse des salons goldschmied teil 3 die anekdoten der berühmtesten sind nicht so berühmt geworden wie die der unberühmten zwei freunde unterhielten sich mit zwei jungen mädchen und gingen dann mit ihnen in deren zimmer oben trennten sich die paare nachdem der eine herr dem anderen als memento an den vorstand der dermatologischen klinik hofrad philipp pick zugerufen hatte bei philipp pick sehen wir uns wieder ein polnischer jude kam in den salon trank seinen kaffee und wollte von dannen gehen man machte ihn aufmerksam dass es üblich sei etwas für die musik zu bezahlen ich bin nicht musikalisch erwiderte er und verschwand seither war für Gäste die nicht die obligate krone aufs klavier legten die charakteristik gebräuchlich der ist auch nicht musikalisch von langweiligen bellen der gesellschaft entliefen oftmals alle Herren hierher wo es lustiger war und man den Theatervereinsball parodieren konnte das Mahagoni Separe war Komiteezimmer die Vortanzpaare versammelten sich da jede Dame nahm einen der Kunstblumensträuße aus den Vasen in die linke Hand in Saalmitte bildete sich von einer Schnur umwickelt die Herren Insel Ordens geschmückt und würdig erschienen Honoratioren einzeln mit Namen angekündigt von Herrn Madl mit Tusch begrüßt von einem Rattenschwanz von Balljacheln Klammer auf an Armschleifen als Komitee kenntlich Klammer zu auf das Sofa hinaufgehoben die Estrade die Klänge der schönen blauen Donau ertönten die Herren in Frack tanzten mit den dekolletierten Vortanzdamen herein die die kurzen Röcke wie Schleppen hoben und die Nasen empor reckten als ob ihr Papa Kommerzialrat sei und sie also ein Recht dazu hätten Die Jünglinge die sich hier nicht anders gaben als wie sie immer waren und die Mädchen die etwas persiflierten was sie nie gesehen hatten es war ein gelungenes Satyrspiel auf den Dünkel der Gesellschaft diese Theatervereinsbälle bei Gogo Die Stammgäste die sich derart aufspielen konnten schauten mit Verachtung auf die ungelenkt die gewundene Stiege hinaufstapfenden Outsider Aber diese Fremden denen Rezeks Winterfahrplan aus der Rocktasche guckte die ihre Kipfeln in den Kaffee tunkten oder gar mitgebrachtes Schwarzbrot in die Silbertassen brockten diese Bauerngruppen die man verhöhnte waren die besten Gäste Der glatt rasierte dicke Mann zum Beispiel den einige The Car of Wakefield by Goldsmith nannten kam jeden Samstag um neun Uhr abends blieb mit dem Koffer in der Hand zehn Minuten im Salon stehen mit tiefem Blick jede der Damen musternd und verschwand dann mit der glücklichen seiner Wahl von der er sich erst Montag sieben Uhr morgens verabschiedete Ein anderer keuchte schon bevor er am Fuß der Treppe angelangt war Von dort rief er so muss wohl das Röhren eines Hirsches klingen seine Bestellung hinauf Jet no klus du eine dicke Es war nicht klug sich mit den Fremden etwas anzufangen Eine Gruppe von Kadett Offizier Stellvertretern frotzelte eine Gesellschaft die sich am Nebentisch allerdings plump genug benahm Da kommt einer der Verspotteten auf die Knaben zu Mein Name ist Lurich Wünscht einer der Herren etwas Oh nein bitte durchaus nicht Wie hätten sie sich auch etwas wünschen sollen Lurich war ja das wussten sie der stärkste Mann im Ringkämpfer Ensemble das eben im Theater Varieté gastierte Herr Goldschmied der Gründer hatte sich bald vom Geschäft zurückgezogen übersiedelte nach Wien und kaum jemand der dort im Kunsthistorischen Museum unter Gemälden eine Tafel mit dem Vermerk Geschenk des Herrn Emanuel Goldschmied liest hat eine Ahnung davon dass das Geld für die noble Kunstförderung einem Gewerbe zu danken ist über dem Litera B des Paragrafen 512 StGB schwebte Welche Schanddirnen zur Betreibung ihres unerlaubten Gewerbes bei sich einen ordentlichen Aufenthalt oder sonst einen Unterschlupf geben Allerdings war der Faden an dem das Damokless Schwert hing nicht allzu dünn und vom Kassationshof gewoben Dieser stellte sich auf den Standpunkt dass der Kuppelei Paragraf auf die Bordellbesitzer keine Anwendung finden könne indem er den Ton auf das Partikelchen Un legte Er entschied also sozusagen dass den Schanddirnen bloß zur Betreibung ihres erlaubten Gewerbes Aufenthalt gewährt werde eine Entscheidung die vollkommen der Absicht dieses aus dem Jahre 1803 stammenden Gesetzes wieder aber dem Geiste des Rechtes entsprach denn es ging nicht an die Wirte für etwas zu bestrafen was die Behörden tolerierten und kontrollierten und ein anderes Gesetz das sogenannte Landstreicher Gesetz vom 24. Mai 1885 gestattete die Reglementierung der Prostitution und damit auch ihre Ausübung Nach Goldschmieds Abgang waren Johanna Wittler und Eduard Hayek die Eigentümer Den Betrieb führte Herr Leopold Schifferes der Neffe der Frau Wittler und am 4. Mai 1896 wird er als Besitzer des Hauses eingetragen Er hatte ein armes Mädchen aus unmittelbarer Nachbarschaft geheiratet die Tochter eines im Galli Kloster tätigen Schusters Die Braut war 17 Jahre alt und hat nie erfahren welchen Beruf ihr Mann ausübte Herr Schifferes verkaufte übrigens bald das Haus und etablierte sich in Berlin als Prager Schinken Importeur Da Podbielski Landwirtschaftsminister wurde und die Einfuhr von Schweinen und Schinken verbot gründete Herr Schifferes in Weißensee eine Prager Schinken Fabrik mit echten Pommerschen Schweinen In der Gämsengasse herrschte jetzt Frau Elisabeth Busch Sie war bereits Besitzerin eines derartigen Unternehmens von ihrem ersten Gatten Julius Friedmann ererbt und inmitten der baufälligen schmutzigen Judenstadt gelegen eines dreistöckigen massiven Trutzbaus an der Kreuzung der Josefstädter Gasse und der Rabbinergasse Haus Nummer 95 Der Roman der erfolglos büßenden Magdalena Machas er beginnt und endet in diesem Hause An An der Ecke zweier krummer Gassen steht ein weiß getünchtes Haus Um ein ganzes Stockwerk überragt es alle anderen Ziegeldächer Seine Fenster sind mit grünen Jalousien dicht verhangen Während in der Nachbarschaft Kleinhandel Feilschen Elend Jammer und Frömmigkeit waren war hier Verschwendung Genuss Radau und Übermut Während sich in all den niederen Kammern der Umgebung vielköpfige Pauperfamilien zusammendrängten riegelten sich hier Adelige und Offiziere auf Ottomanen und Betten Friedmann der Besitzer war zugleich Konfident Nachrichtenlieferant des Polizeirates Olic und seines getreuen Famulus Lederer des Detektivinspektors Wäscherinnen Handwerker Friseurinnen Modistinnen Nahrungsmittelhändler kurz alle die hierher kamen um Geld zu verdienen erzählten von den Geheimnissen der dunklen Nachbarwohnungen von verdächtigem Gut das der Trödler X gekauft verrieten dass der Dieb Y seit ein paar Tagen nicht nach Hause gekommen berichteten dass die kleine Z zum Tanz in die Schenke V Kornute mit goldenen Ohrringen erschienen sei Aber Friedmann wusste mehr als die kleinen Diebstähle und Hehlereien seiner Umwelt in der Zigeuner der Rabbiner und der Breitengasse nicht bloß infolge der Tatsache dass Verbrecher unmittelbar nach ihrer Tat in Freudenhäuser gehen um ihren Raub möglichst rasch zu exploitieren nein auch politisches erfuhr er kamen doch alle Fremden selbst die polizeilich nicht gemeldeten in den Salon und sprachen mancherlei Von dem was in den verschwiegensten Räumen geflüstert wurde verlor sich seltener ein Wort als von den Reden die ein Politiker mit Stentor Stimme von der Rostra schrie Die Polizei revanchierte sich indem sie ein Auge des Gesetzes zudrückte wenn etwas nicht in Ordnung war wenn sich ein Exzess der Eifersucht Hysterie oder Trunksucht ereignete oder ein Selbstmord so ward es zur Sehnsucht aller Spelunkenwirte durch Kundschaftsdienste gleichfalls dieses Wohlwollen der Obrigkeit zu erringen und es entstand einerseits das Misstrauen der Bevölkerung gegen die Behörde die man mit den Bordellen verbandelt wusste während andererseits das Bündnis einen subjektiven Sklavenzustand herbeiführte das Gefühl der Schutzlosigkeit bei den Mädchen der Freudenhäuser eine moderne Form der alten Schuldknechtschaft die kleinbürgerlichen Gewerbsleute der Josefstadt verachteten Herrn Friedmann als Bordellbesitzer respektierten ihn jedoch als großen Auftraggeber das Lumpenproletariat hasste ihn als Spitzel und grüßte ihn umso devoter er war der Mann der Nützen und Schaden konnte aber das Gerücht dass auch schon Hausbesitzer gestorben sein sollen bewahrheitete sich an diesem öffentlichen Hausbesitzer seine Frau führte zunächst als Witwe Friedmann später als Gemahlin des in dieser Branche bestens akkreditierten Dienstmanns Busch Klammer auf Standplatz Hotel Schwarzes Ross Klammer zu das Geschäft weiter Zurzeit da man die Pläne zur Assanierung von Prag 5 zu zeichnen anfing fühlte sie die Axt an ihrem Stamme sah sich nach einem neuen Laden um und und erwarb die dato 28 September 1898 von Herrn Schifferes die Maison Goldschmied Weil ihr die Behörden die Haltung zweier tolerierter Häuser nicht toleriert hätten holte Frau Busch ihren Bruder aus Wisotschan Herrn Josef Klein heran und der erhielt das gewerbeordnungsgemäße Recht zum Handel mit allen im freien Verkehr gestatteten und rücksichtlich des Verschleißes nicht an eine besondere Bewilligung gebundenen Waren Bevor noch der friedmannsche Stammsitz niedergerissen worden war wurde das Haus in der Gämsengasse umgebaut und neu eingerichtet Der Salon bekam neue Spiegel und Beleuchtung durch Bronze Vasen auf Konsolen und verschiedenfarbige Glühlampen die hinter den Gardinen in Blumenkörben auf dem Fensterbrett standen Die steile Wendeltreppe wurde mit einem Laufteppich belegt Die Nische schmückte man mit einer alabasternen Venus an deren Stelle zuletzt ein Terrakotta Nachtwächter trat Das türkische Zimmer erhielt Gobelins Das kleine Separé tefelte man mit Mahagoni Das Frisierzimmer im ersten Stock mit der an den Tisch geschmiedeten Handkassa diente außerdem als Inspektionsraum für Herrn Klein oder den Diensthabenden der beiden Söhne die auf dem Kanapé schliefen einen großen Hund zu ihren Füßen Sultan hieß er wie es sich für einen Harem gehört In der zweiten Etage waren das gelbe Separé das blauseidene Prinzenzimmer die Doktorstube wo die sanitätsärztlichen Untersuchungen vorgenommen wurden und das persische Gemach Die Separees waren im Parterre Im dritten Stock Olympia Domadejodes lebten die Damen in acht einfachen Kämmerchen Arbeits und Schlafzimmer zugleich An deren Wänden in Vogelbauern Zeisige Harzerroller und Rotkehlchen zwitscherten gehätschelt und mit Leckerbissen gefüttert Man empfand es nicht als Störung wenn die Vögel zu Tagschlafen der Zeit durcheinander musizierten und nachts in den Separees hörbar wurden Sie waren den kitschig sentimentalen Mädchen Sinnbilder des eigenen Seins im Käfig und ein Gruß der Natur in diesem Reich des Überraffinements wo feine Sitte galt und der schwerste Vorwurf in der Frage lag sahen wir im Wald Die Vögel waren die einzigen dauernden Insassen des Hauses kein Mann wohnte ständig da selbst der Besitzer nicht und auch die Mädchen veränderten sich Maison Goldschmied stand und im intimen Geschäfts- und Austauschverkehr mit gleichrangigen Freudenhäusern anderer Städte Jedes Lokal bedürfte nämlich eines ziemlich feststehenden Ensembles in dem alle Rollenfächer besetzt werden mussten Die Gruppen waren nach Statur Genre Naturell Gesichtsfarbe Haarfarbe Nationalität und Bildungsgrad eingeteilt Was man doppelt hatte oder vielfach das wechselte man eben aus Mit Maison Frieda in der Budapester Magia Uzza Mit Madame Rosa Salon Killinger und der Hondel in Wien Mit Feher in Arad Maria Pol in Aussich Schicke Tanz in Nürnberg Ibsen in Dresden Reisinger zum Blauen Affen in Leipzig Hummel in Teblitz Kraus in Brünn und Elga in Reichenberg Zwölf Damen war der Minimalbestand in der Maison Goldschmied Die Tüchtigsten stiegen in Offiziersrang auf wurden Wirtschafterinnen und hatten das Anrecht mit Sie angesprochen zu werden Ihnen zahlte man die Zeche Carmen regierte von 1904 bis 1909 und heiratete dann einen Hotelbesitzer Valeska Waleska genannt die Schattenkönigin des Loyola 1909 bis 1911 zu bekam eine Stellung als ärztliche Assistentin in Wien Wilma zu lebt lebt wieder als unschuldiges Mädchen bei ihrem Vater der Bürgermeister in Thüringen ist Nach Beendigung des Krieges tobte der Betätigungsdrang der Reformatoren der Moralphantasten der Sexualneidischen und der Neugierigen auch vor den Mauern des Hauses in der Gemsengasse Der Sittenwächter Prax Polizeirat Draschner musste auf seinen Razzien hierher die Abgeordnete Frau Zemin mitnehmen und die Heilsarmee Der Salon Gogo bekam salbungsvolle Predigten und donnernde Versammlungsreden zu hören ohne dass nur eine einzige Seele aus dem Fegefeuer gerettet oder der Nationalsozialistischen Partei zugeführt worden wäre weil die Agitatorinnen ebenso wenig wie 500 Jahre vorher der fromme Militius von Kremsia ihren Hörerinnen keine sozialen Garantien zu leisten vermochten In Prag wo die Not an Geschäftslokalen und Wohnräumen enorm war entstanden neue Bars Weinstuben Tanzdielen Kabarets und andere Wurzlokale in Massen was man als Zeichen für das Aufblühen der neuen Reichshauptstadt ansah Überall kostete der Champagner bereits 120 Kronen die Flasche gewöhnlichen Weins 40 die Flasche Rheinwein 60 Nur bei Goldschmied wurden noch die alten Preise eingehoben für Rheinwein 28 für eine Flasche gewöhnlichen Wein 20 Kronen Die Taxe die vor dem Krieg 10 Kronen betragen hatte war auf 40 erhöht Aber die Angriffe verstummten nicht und es hieß die Behörden hätten Weisung das Lokal zu sperren So entschloss sich Herr Jakob Klein zu einem Angstverkauf Per Per Januar 1920 wurde das Gebäude und Inventar mit dem Weinkeller den beiden Klavieren den Gobelins Statuen Gemälden und Teppichen um 480.000 Kronen an die Wiener Eisenfirma Rudolf Schmidt und Company veräußert Silvester 1919 war die Abschiedsnacht Die Mädchen packten ihre Sachen und zogen von Dannen Herr Klein ging nach Hause und legte sich nieder um zu sterben Wenn heute jemand nächtlicher Weile die Glocke des Hauses Nummer 6 in der Gämsengasse noch so dringend zieht es wird ihm nicht mehr aufgetan Ende von Abschnitt 60 Gelesen von Klaus Missfeld Ende von Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch Klaus Die Vielen Dank.